Yo, was ist mit dem Nock? Das war ein Sticky, weil du wachst für mich, ne? Tiefere Leiter. Hä? Was ist mit dem Nock gewesen, Leute? Unten wieder einer. Meins war auch nicht viel, trotzdem. Nein. Sie schicken ein Board, why? Aber Donsen spielen nicht. Äh. Weder Donsen noch Donsen Games. So sick of waiting up for you. While you're out partying again. Acting single with your friends. While I'm waiting for something brand new. And lack of this initiative. Won't get me anywhere again. But I tend to stumble. Over thoughts of us letting go. And in the end I will both say no. My mind is jumbled. Cause I'll be better off alone. But I know. There's something about you. And I can't help it. It's in the way you move. And how you glow. And in between it all for you. I'm selfish until we make up again. I wanna know where we go. 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 Bis zum nächsten Mal! ARD Text im Auftrag von Funk Nein! Bleibt offen, drei Leute in mir! Geht rein! ARD Text im Auftrag von Funk Er saved mich nicht, er steckt dich, ich lass lieber einen Bogen sterben Ich hab dich nicht mal gesehen, du Bauer Ich hab einen Kisten über einen Bauer drauf Bauer auf den Ball auf, bitte! Ich sag halt noch, dass unter euch welche sind Heißt du, ob die schon wieder zurück sind? Jaa Die waren die ganze Zeit da! Ich hab drei gekillt auf einmal Sonst kann Leo die nicht treffen, ihr müsst schlafen machen Findet ihr 30 Blöcke zu viel zum rushen nicht, ja 22 Dö Junge Mach drei Schafen, Leute Ich schätze dich nicht gut Ey, fühlst du dich jetzt? Junge, wann verbläst du schon mal 40 Blöcke beim rushen? Ich verbläst meine Blöcke eigentlich immer Ich auch Junge Ey, Turtles klingen immer zwei Stacks mit, ne? Er Kommt ein Schaf, jetzt war'm es nur. Genau neben dir. Perfekt. Fuck. Doch nicht. Doch nicht. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, da war ein Loch. Oh, ich hab keine Lust. Bis zum nächsten Mal. 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 Wenn du voll bist, dann geh rein Ne, ich bin auf 7 Noch net Wollt ihr mir 9,13 da gleich geben? Jo Wie viel die Uses hat einer noch? 113 Geh mal ein bisschen weiter nach da, von da kannst du nicht spammen Da kannst du etwa auch sein Ich hab 7 Schafe nochmal drin in die 10, ne? Was soll ich machen? Ne, kann ich nicht Doch, ja, guck mal ein bisschen lassen Ne, ne, 13 da ist drin, Kaki, gib da einen her Schön Soll ich hier Schafe machen? Gib her Kannst du noch ein Schafe einlegen, vielleicht, Hardy? Ja, gleich Eine Stacks, zwei Noch einer Zwei, pass auf Als du auf der Seite noch ganz unten war Ein oder da Als ich ihn holen Beide down Steck dich, steck dich, mach jetzt scharfer Haben wir hier 10 um? Ah ja Wie viel lecker kannst du mal hast? Äh, 8 hab ich Der Bogen schießt auf dich, pass auf Ich mach immer nur 2 Jo Pass auf, der Bogen ist richtig gut Ich sieh's Kannst du den abschießen, Otter, oder siehst du ihn nicht? Ey, Born Ich sollte von Leoni im Stream sagen, dass du ein Hurenzum bist Okay, warum bin ich das? Keine Ahnung, er hat geschrieben, dass Äh, ich soll dir sagen, dass du korrekt bist Ich hab's ein bisschen umgeändert Oh ja Ja, dankeschön Ich geh nicht Kann ich schlafen? Ja, Leute, wir kennen den Clan Deus Oh, du hast du gesehen? Ja Alter, was kannst du ohne Witz? Ich gröne das nicht abbauen Der kann Erzhoffnis abbauen Ja, äh, Junge, juckt keinen Ich lösch auch, wo war'n das? 2 2 2 Nur mit dein Ernst, Otter Halt die Fresse Karki, siehst du meine Pfeide? Jo Aber jetzt auch noch Darf die ein bisschen laufen Aber es Hat Schaden schon bekommen Sind wieder 3 Schafe drin Schön Als wenn du noch lebst Klar Ich bin auf sie im Herzen Ja, da unten kommt einer Ich glaub, der kann ja mehr Er ist voll die Kuh Oder? Ah, der T-Tischlott Ich hab' nur Gap, gell? Können, schafft man gut Ich laug's raus Loll, wenn er wirft, Junge, ich freu'n Oh, Loll Oh, Loll Wie, der hat der Luft explodiert, oder was? Ja, 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 ja Hey, der hat der Luft explodiert, oder was? Ja, 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 ja Ich treffe aber nicht Ich treffe aber einfach nicht Wie, wie schlecht das Aim ich habe, oder was? Eigentlich ganz gut ist der Aim Ja, der wird immer noch so Ich treffe ihn Ja, nie Nee, das hab ich win stein pickel ist gleich, Bro. Richtig. Uuuu. Komm. Bleib stehen. Komm. Ey, Sakuno, komm hoch. Hast du stein pickel? Ja. Tausch mal da. Tausch mal da. Wenn du auf Bett gehst, brauchst du dir aus dem Spiel. Oder ihr könnt Bestef holen. Wir können sogar mobile machen. Doch mal drauf angeben. Nein, wir haben keine EC. Wie viele essen hast du noch? Eins. Wo ist denn der? Lass auf Basis jetzt. Komm. Bist du full? Wer ist es? Stärke, 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 Stärke. Stärke, Sakuno springen. Ja, sofort angehen, sofort angehen. Ich bin da. Man spawnt oben. Unten war nicht. Du hast den Anti-Spawnship falsch gebaut. Ja. Hab ihn. Was? Ja, du hast trotzdem den Anti-Spawnship falsch gebaut. Ja, hä? Egal. Voller Idiot. Ey, mein... Mein zweiter Steinpick ist gleich kaputt, ne? Die haben noch zwei Schichten. Ich mach mal mal schauen. Äh, wo spawnt man denn? Einen weiter hinten? Ja, einen weiter vor hinten, ja. Gut. Seid doch du das nicht wolltest. Wir müssen pass auf. Ja, ich dachte am Wollblock. Alter. Leg dir noch mal Schaf rein. Din, din. Und einer wieder. So. Pass auf, die sind zu zweit hinter dir hinter dir. Der Halt. Wie viele Schafe liegt denn? So. Boah, ist dumm. Und dann wieder einer. Okay, muss springen. Mach du die Schafe. Oh, unten ist durch. Ja. Spam ihn. Es ist weggebackt. Du musst ihn wieder unten abbauen. Nee. Och. Nein. Der ist komplett durch. Ja, die können aber von da nix machen. Die haben außerdem EP-Stärker gewastet. Ja, hart. Ich hab kein Eis. Arsch. Spart mal jetzt nochmal auf ne Schafbombe und hol die dann mit TNT noch vor dem. Wir holen die nicht mit TNT. Ich craft kein TNT. Ja, nicht. Boah, damn. Ja, ich kann nicht ins Dämmen, ne? Warum? Ach, halt die Fresse. Ach ja. Ach, Sasch. Ja, 10 Minuten haben wir doch. Ja, ich muss mal ganz kurz mit Alex reden, wenn ich wieder nach. Welchen Alex? Welchen Alex? Welchen Alex? Chalugi. Null. Oh, die haben gar... Da ist der Clown, komm. Ist ihre Base 100? Ja, wenn Alex in Clown kommt, tschüss. Get to one. Ey, ist ihre Base 100? Und ist er auf mit deiner Handel? Hey, ist ihre Base 100? Hallo. Ja, keine Ahnung. Meine? Na, ihre. Ja, ist es klar. Ne, ist 101. Ne, der will nicht gar nicht. Bet, bet, oh Gott. Bet weg. Er hat nicht genug. Junge Hardy, als ob das Bett weg ist. Ist es nicht. Geht doch mit. Boah, ich war fast runtergelaufen. Ey, pack mal eine Eisenpickerei. Ja, warum? Weil man halt noch in ihre Base rein kann. Links. Und das sind... Wir können uns weiter in die Base. Hier war auch Eisenpick. Okay, der ist jetzt da reingefallen. Ich glaube, wie sieht der das? Wo denn? Die da ist noch. Na, Leute. Theo hat sich gefragt, ob wir noch Platz im Clan haben. Erstmal instant Nein geschrieben. Perfekt. Ja, mach halt. Der Boom ist unten. Mach du erst den Schick. Mach du erst den Schick. Mach du erst den Schick ab. Ich mach hinten drauf. Ja, mach mal. Welche in den Clan-Chat schreiben. Mach mal schnell, mach mal schnell so. Vorne gehst du. Ähm. Also noch einen holen oder so. Der gut ist. Ja, Leute. Bitte. Ihr müsst uns liefern. Ich hab direkt genockt. Bet es auf Nein! Oho. Die haben only Endstone. Red war offen. Geh kurz. Ey, wo kann man denn die Base machen? Ach da? Äh, ich streame. Ich geh nicht bohren. Einer muss gleich mal zu bohren. Ihm sagen, dass er weiter ist. Damit Eisig fährt ist. Eisig fährt down. Eisig fährt down. Nice. Äh, bohren. Äh. Adi, was ist? Was soll ich bohren sagen? Egal. Nix. Jetzt ist schon egal. Die haben eh verloren. Ah. 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 Ah, ah.